Ich habe einen Mückenstich auf der Hand, ne? Auf der Handrücken. Auf der Handrücken. Das geht ja noch. Innen wäre schlimm. Zwischen den Fingern ist schlimm, das hatte ich schon mal. Alter, das stimmt, aber ich habe zwischen Zeigefinger und Mittelfinger und dazwischen auf dem Handrücken. Ah, da! Das ist auch nervig. Auf diesen Knubbeln, weißt du? Das ist ja auch eklig. Und es juckt so unglaublich. Nagellack drüber machen. Klaren. Herzlich willkommen zurück zu Overwatch. Das ist mir heute aufgefallen, während der Prüfung, Alter. Und ich dann nur am Kratzen und ich denke, was juckt denn das so? Das hast du an den Tisch gemacht und deine Schüler dachten, du Fabs. Das kann natürlich sein. Und ich gucke hin. Beule des Todes, Alter. Gut, dass die andere Hand ist, die Beule, und ich wandere. Merci, die rest mich. Merci. Nicht da! Nicht vor die Tür stellen! Da, da, da ist gut. Ich geh mal on the point, ne? Geh mal. Oh, die Mario ist so low. Ich hätt sie so gern gehabt. Die kommen. Ding, ding! Ich hab tatsächlich Doppelkirke gekriegt. Okay. Dann hat er einen Tower da mit drauf geschossen. Ja. Okay. Jetzt steh ich Tower hier unten hin. Jetzt ist ganz schlecht. Oh, die Mercy ist gut. Die Mercy ist gut. Die Mercy ist gut. Die Mercy ist gut heal. Die hängt ihren Winston am Arsch. Oh, der Zen hat mich geringt. Oh, Mercy kämpft allein. Er rettet unsere Mercy. Die haben aber auch ein Setup, ne? Zen, Genji, Moira, das ist perfekt für Winston. Ich hab einfach so Winston genommen gerade. Wo willst du denn hin, Gengu? Oh! So, was musst du doch ankündigen vorher? Was denn? Ja, also hier die Sombra. Die haben jetzt einen Junkie Red. Haben sie schon die ganze Zeit. Echt? Ich schieße hinten rein. Hm, okay. Also, ich versuch. Genji, Genji, Genji. Den hau ich mit dem Hammer halt. Oh, oh, der will nicht. Nice, Mann! Oh, alter, verdammt, Mann! Und ich bin auch voll drauf gesprungen. Boah, wie will die zerstören! Ulti für Ulti kommen hier. Junk wird oben in der Mitte. Hier oben. Toric muss woanders stehen, damit er ein paar Kills macht. Junk wird hinter uns. Es wird Zeit für Schlotz, Alter! Tschüss, Junk wird. Er hat sich selbst umgebracht. Oh, das war ja voll die Zerstörung. Was ist denn da los? Die haben wir genommen. Und dann haben wir die so in der Luft zerrissen. Ich hab elf Gold-Kills mit Winston. Was ist passiert? Du hast die alle hart gechased. Ich weiß gar nicht, wie viel... Wie viel... Ich sag Bronze bei mir. Schätz ich mal, Turret. Silber! Ach! Ja. Ich hab elf Gold. Ich bin halt immer alle hinter alle und die Low sind hinterher gesprungen. Wie sau. Und Mercy hing mir am Arsch. Und hab ich getrunken? Und wie verschluckt. Ja. Das hatte ich am Anfang der Folge. Das ist schön, ne? Mein Gott. Das ist toll, wenn erwachsene Männer nicht trinken können. Ja. Dafür hab ich Gold-Objective-Time. Gold-Objective-Kills. Bronze. Ne, ja, ja. Du hast ja auch einen Punkt gewohnt. Ich hab null. Ich hab nicht einmal den Punkt berührt, glaub ich. Du hast doch auf den Punkt gewohnt. Muss ich doch. Das war Teil meines... Meines Characters, Alter. Ja, du hast da gewohnt und ich war der Türsteher. Ist doch okay. Der Affe. Der dicke Affe. Du kommst ja nicht rein, Alter. Falsche Hose an, du kommst ja nicht rein. Mit den Schuhen? Ja, falsche Hose. Oh, jetzt haben sie auch einen Winston. Da ist der Counter-Winston. Du willst hier rein? Der obligatorische Counter-Winston. Wer kennt ihn nicht? Oh, Mora, Alter. War Mora erstmal rasiert hier. Wir haben auch geile Healer. Holy Shit. Ja, das stimmt halt wirklich. Ich geh mal wieder auf den Punkt. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Ja, da war ich zu greedy. Aber ich hab den Sinn. Ich mach derweil nochmal den Punkt. Damit wir die Runde auch gewinnen. Mercy, jawoll! Mercy hat die Anna geboomst. Und ich werd wieder belebt. Oh, die Mercy ist. Oh, schade. Ich hab's geschafft. Der Punkt. Ja, Genji. Der Punkt ist halt leider nicht so schön beschützt wie der letzte Punkt. Ich hab Weeper geboomst. Hehehe. Da oben steht, dass ich ihn getötet hab. Lass uns hören! Du hast die Güte! Dass der Sleep mich getroffen hat, ist Bullshit. Just saying. Hehehe, Genji. Oh, Anna haben wir geholt. Jawoll. Soulja rum jetzt auf. Oh, Weeper kommt. Ich glaub mal hinter der Moira her. Weeper low. Moira, Hammer. Halt euch. Wegen unserer Eile. Ach, die kommen gerade. Beide tot. Danke. Lass die auf den Punkt kommen. Ich hab ne Ulf. Das ist nicht gut. Da häng ich jetzt fest, weil unser Roadhog nach vorne gegangen ist. Halt euch ne. Oh, die ruhig überwurft. Halt euch jedenfalls. Halt euch! Oh, unsere Möw ist überlebt worden. Halt euch! Oh mein Gott! Ich sag's dann ungern. Aber da war plötzlich, da war plötzlich ein Happening unten auf dem Punkt. Halt euch das? Gibt's das noch? So ein Happening? Ein Flashmob, so hießen die, Flashmob Jetzt noch die Flashmob Oh 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 Alter Ein HP hab ich noch Einen Oh Gott, das will, da wär ich fast runter gefallen Oh Monkey Der will das gleiche machen, was ich mit denen gerade gemacht hab Ich hab nämlich gerade zwei mit meiner Ulti runtergeschubst Mich hat er nur so normal gehauen Oh, jetzt hat der Roadhog runtergeschubst Belastend Dafür hat mein Geschütz ihn gemacht Das ist nicht zu belasten Das ist schön Oh nö Oh Mist, ey Auch Moira War auch mal wieder ganz knapp Ein bisschen Erdnussbutter muss sein zwischendurch Ja, ich hab's schon gesehen Kleine Stärkung Die haben jetzt auch ne Ganz genau Symmetra Richtig Oh, was? Lauf weg Solange du noch kannst Lauf Ich lauf nicht Das ist so wie in diesen Fantasy-Spielen Wo der letzte Zwerg sich so nicht aufopfern will Weißt du, dann steht er da noch so mit in Beziehungsweise er sitzt Er ist ja genauso groß, wenn er sitzt Und dann sagt er Er sitzt Und dann sagt er nur Ich bleibe hier Ich bleibe hier Es war mein Volk, dass das zu verantworten hat Wir haben zu tief geschürft Wir haben zu tief geschürft Dann hat Zwergespruch Obligatorischer Zwergespruch Wir haben zu tief geschürft In keinem Fantasy-Universum Das ist nicht die Zwerge, die zu tief Mein Volk war zu gierig Ja, ganz genau Wir konnten den Glanz des Goldes Es hat uns krank gemacht Wir waren zu egoistisch Das Gold hat uns geblendet Wir haben nur an uns gedacht Und an dem, was unter uns liegt Und nicht an dem, was über uns liegt Wir dachten, wir hätten es unter Kontrolle Zwerge, hört auf zu buddeln Die Oberwelt stürzt ein Aber wir wollten das Gold Wir dachten, wir hätten mehr Zeit Wir wollten doch alles wieder aufkippen Das Zementroller war doch schon da Da steht das ein einzelne Zwerg Was im Zementroller So ein Parodie-Zwergenfilm wäre schon geil Sowieso zu tief geschürft Wir wollten das doch wieder zukippen Dann so ein LKW mit so einer drehenden Trommel im Hintergrund Piep, piep, piep Was heißt zu tief geschürft? Wie zu tief? Da ist noch Gold Das geht noch weiter Ich glaube, ich muss was anderes picken Gegen Reaper ist das gerade zu nervig Dafür habe ich Genji gut einmal gegeben Okay, ich wechsel Ja, die haben wir jetzt ja auch gewechselt Die sind jetzt auch Schon ein bisschen besser auf uns vorbereitet Tatsächlich als Als zu Anfang noch Da haben wir die ja richtig hart zerstört Oh, du bist ja wieder Level 4 Was ist denn da los? Ja, ich bin nicht toxisch Das Spiel weiß es nur noch nicht Aber du warst doch Als wir angefangen haben, warst du toxisch, ne? Nee Ich habe heute noch kein Level abbekommen Das Gengu Vielleicht sollte ich Reaper gehen Gegen den Winston Weiss Aber das ist halt Gegen die Pharah nicht so geil Ich gehe mit Klinik Der hat nämlich keinen Hitsgun Naja, dein Turret aber Jetzt geht er Winston Toll Wir sind verloren Er hat zu tief geschürft Oh Ihr habt mich jagt Wie die Pharah uns jetzt hier in der Base hält Oh, und dann hier Der obligatorische Reaper mit seiner Ulti Direkt vor der Base Okay, jetzt haben sie Reaper nicht mehr Jetzt können wir pushen Reaper war das, was uns Probleme gemacht hat Echt? Ja, ja Auf jeden Fall Ich weiß nicht, was mich die ganze Zeit getötet hat Aber in den ersten zwei Runden lief es besser Wuh Hab Genji Sehr gut Haben die noch so mehr Torne Mag denn Turret hier drauf? Turret wird gebaut Hansa low Hab ihn Pharah kommt Ja Kommt mir nicht mehr retten Weil Hansa nicht erwischt hat Pharah hat gut kassiert Moral hat auch kassiert Pharah down Turret wird zerstört Pass auf, Reaper kommt bitte Und Genji Genji ist aber der Letzte Genji down Ja, nice Jetzt haben wir wieder Oberhand Hier ist es schön Ich habe leider Muldencore eingesetzt Auf dem Punkt ist es halt immer scheiße Wenn du den Punkt nicht hast Ja Ja, dann musst du alles in eine Waagschade werfen Weißt du? Ja Als ob er mich mit einem Luckshot trifft Auch noch mit dem Arrow Weißt du? Ja, deswegen war es ja ein Luckshot Weil das machst du eigentlich nicht absichtlich Ich mache es manchmal absichtlich Aber das ist auch schon Ein Meme bei mir So wie ich den Drachen auf einzelne Gegner Setze So ein Meme bei mir Reaper kommt Ja, links Ich habe es gehört Oh, 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 oh Das ist unfair Oh, der Hans ist aber gut Perra war nicht so Die steht da genau Ach, so ist immer blöd, wenn du so Wenn du so gut kassierst Das will Ah, der Hans hat Glück Oh, hat der Glück Oh, scheiße Okay, wir haben gewonnen Ich habe Reaper und Mora gestern Oh, im Gottes Willen Der Turret hat den Hanson abgelenkt Gut Weil den konnte ich nicht kriegen Weil der da hochgeklässert ist Bagnobwock Muss der erste Punkt gewesen sein, oder? Lol, das bin ich? War doch der zweite Weeper so nope Und dann zack Ui, das war das Den Weeper-Klee auch noch Glaube ich Nee, doch nicht Da bin ich gegangen Da hatte ich keinen Bock mehr Oh, da bist du fast runtergefallen Ja, da habe ich nicht Spocken Was ist das denn für eine Absprache bei dem Hanson? Ja, ich wollte gerade sagen Was soll das denn? Was ist denn das? Ist das ein russischer YouTuber, oder was? Wahrscheinlich Oh, ich habe vier Goldmittels Wolle immer gesagt haben In diesem Sinne Vielen Dank fürs Zusehen Wenn es euch gefallen hat Daumen nach oben da lassen Wir sehen uns bald Bis bald, bis dahin Haut rein Bis bald Bis bald Bis bald Vielen Dank.